König Charles III. verleiht neue Titel an William und Karte Der König des Vereinigten Königreichs hat die neuen Titel am Freitag bekannt gegeben. Auch für andere Mitglieder der königlichen Familie. König Charles III. hat den aktiven Mitgliedern der königlichen Familie, darunter Prinz William und seine Frau Kate Middleton, neue militärische Titel verliehen. Das gab der Buckingham-Palast am Freitagvormittag, dem 11. August 2023, unter anderem auf den sozialen Netzwerken wie X, Twitter, sowie der offiziellen Website der Royals bekannt. König Charles, neue Titel von Prinzessin Kate und Prinz William auf Website bekannt gegeben Die neuen militärischen Titel wurden auch auf der Website der britischen Krone veröffentlicht. Die Titel wurde ausschließlich an aktive Mitglieder der königlichen Familie auf Beschluss des Königs verliehen, die in Großbritannien auch umgangssprachlich Working Rolls genannt werden. Eine Änderung, die die enge Beziehung zwischen den Streitkräften und der königlichen Familie unter der Herrschaft ihrer Majestät widerspiegelt, heißt es in der Begründung. König Charles III. erhält als Oberbefehlshaber der Streitkräfte eine Reihe von Titeln zurück. Unter anderem wird er Kommandant der HMS Queen Elizabeth, eines Flugzeugträgers der britischen Marine. Seine Frau, Königin Camilla, wird Leiterin des Royal Army Chaplains Department, Rat. Prinz William wurde zum Oberstes Army Erkohäns des Mercian Regiments ernannt. Außerdem wurde er zum Royal Honorary Commodore des RAF Valley ernannt. Eine Station der britischen Luftwaffe, die er selbst gut kennt. Als ausgebildeter Pilot hatte der älteste Sohn des Königs drei Jahre lang im Royal Air Force Valley auf der valesischen Insel Engelsee gedient. Prinzessin Kate, neue Titel erinnert an Air Force Zeit ihres Großvaters. Auch Kate Middleton wurde mit neuen Aufgaben betraut. Sie ist nun Oberbefehlshaber in der Flederarm, Luftwaffe der Royal Navy, und oberste 1. Queen's Dragon Guards, Kavalerie-Regiment von Wales. Sie erhält auch einen alten Titel ihres Mannes, den des Royal Honorary Commodore of the RAF Koningsby. Auch der Großvater der Prinzessin von Wales hatte in der Royal Air Force gedient. Wie auf der offiziellen Website der Krone zu lesen ist, haben auch Prinzessin Anne, Prinz Edward und seine Frau Sophie, Herzogin und Herzogin von Edinburgh, neue militärische Pflichten. Letztere erhält insbesondere den Titel der Oberst des königlich-irischen Regiments verliehen, den zuvor Prinz Anne-Druine hatte. Auch dem Herzog und der Herzogin von Glossa wurden neue Titel verliehen. Die vollständige Liste kann auf der Website der Royals eingesehen werden. Prinz Edward direkt im Einsatz Prinz Edward's Wicken wurde wenige Stunden später mit einem eigenen Wied gewürdigt. Der Herzog von Edinburgh besuchte das Zwei-Reifels im Ausbildungslager Longmoor, um sich über die Teilnahme des Bataillons an der Operation Interflex, dem Ausbildungsprogramm zur Entwicklung und Vorbereitung ukrainischer Rekruten, zu informieren, schrieb der Palast dazu. Die Titeländerungen kommen kurz vor dem ersten Todestag von Königin Elisabeth II. am 8. September und sind daher laut der Daily Mail von großer Bedeutung. Laut der Boulevardzeitung wird erwartet, dass König Charles das Ereignis still und privat in Belmorel begehen wird, während William und Cate dem Bericht zufolge die Ehrungen für die verstorbene Monarchien anführen werden. Prinz Harry Titel wurde gestrichen Während die Working-Rolls des Königshauses neue Titel erhielten, wurde einem ehemaligen aktiven Mitglied der Titel quasi nachträglich symbolisch aberkannt. Prinz Harry, der sich derzeit auf einer Reise durch den asiatischen Kontinent befindet und kürzlich noch beim Shoppen in Tokio gesichtet wurde, wurde nun auch auf der offiziellen Website der Titel Königliche Hoheit entzogen. Dort war er bis vor kurzem noch zu finden, obwohl er bereits seit drei Jahren nicht mehr offiziell im Dienste der Krone steht. Seit seiner Abreise in die USA und der Aufgabe seiner royalen Pflichten darf er, ebenso wie seine Frau Meghan Makele, die Bezeichnung Royal Highness, also Königliche Hoheit, nicht mehr verwenden.